Ja, genau. Und dann geht es jetzt um die Schamanen. Und das ist natürlich ein bisschen ein deftigeres Lied. Ich bitte euch, die Tanzfläche zu nutzen, weil so kann man diese Energie mit freiem Körper am besten aufnehmen. Und Kurt, du darfst dich jetzt gerne mit den anderen Schamanen in die Mitte stellen. Kurt, du kannst die Ersetzung. Kurt, du kannst die Ersetzung. Du könntest ja ein Studium tun, wie du mockst. Wo sind die Schamanen? Haben wir noch Schamanen hier? Hier ist eine Schamanin? Ja. Und ich singe für euch die neue Version des Schamanen-Liedes. Ja, genau. Ich bitte, dass ihr vielleicht auch das Video schauen könnt dazu. Dann kannst du mich mitsingen. Da läuft der Text. Wenn er mir zuhört. Dann haben wir extra den Text aufs Video gemacht, dass man den alle gut verstehen kann. Das ist zu weit weg. Okay, seid ihr bereit? Und die anderen dürfen gerne wieder einfach auch tanzen, mit dabei sein. Singen. Ja. Na. Siehst du die Zeichen? Das Alte wird jetzt weichen. Der Zyklus ist zu Ende. Lasst uns vollbringen die Wände. Sie werden euch bald sehen. Ich kam aus einem Reich ohne Grenzen mit überdimensionalen Kompetenzen. Ich war nicht nur Herr über Leben und Tod. Niemals gab es auch nur irgendeine Not. Ich konnte jeden Energieknoten lösen. Auf der Erde auch, die bitterbös. Ich half den Wesen ihre Emotionen zu befreien. Ja. 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 Ich weiß, was da geht. Ja. 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 sich lohnen. Jetzt ist es Zeit für mich umzudenken, mir meine Kräfte selbst zu schenken. Ich erinnere mich, wie ich meine eigenen Knoten löse, anzuerkennen, dass weder gut noch böse loszulassen und mich zu entspannen, zu sehen, dass wir aus der Krise gewannen. Zu vertrauen, dass ich überlebe, wenn ich mich ganz dem Leben hingebe. Und häng ich wieder mal im alten Spiel fest, dann spür ich tief in mir, das ist der nächste Test, um Klarheit zu üben, bei mir zu sein. Ich finde meine Wahrheit und lass das Alte sein. Und ist es für mich nicht stimmig, so zu sein, dann sag ich einfach nein, so will ich nicht mehr sein. Ich lass es los, es ist vorbei, ganz schwere los, bin ich wieder frei. Ich lass es los, es ist vorbei, ganz schwere los, bin ich wieder frei. Ich bin frei, ich bin frei, frei, ich bin frei. Ich bin ein Schamanen, überwinde jede Schikane, ich löse und verbinde, bin ein Herr über alle Winde. Ich bin ein Schamanen, überwinde jede Schikane, ich löse und verbinde, bin ein Herr über alle Winde. Sehe, was da unterliegt, nichts hat mich hier gleich gekriegt. Ich entspann, ohne dass ich komme, denn wir haben hier nichts unter Kontrolle. Lege die Hand deines Herzens auf Mutter Gaia und strecke deine Hand des Handelns in den Himmel. Erinnere dich, beides wolltest du verbinden. Es ist soweit, trenne alles vom Alten ab und lade das Neue ein. Wir beginnen jetzt! Hey Younger, oh Younger, hey Young Young, ich fange zu germanisieren an. Hey Younger, oh Younger, hey Young Young, zeige euch, was ein Schamanen so kann. Hey Younger, oh Younger, hey Young Young, ich fange zu germanisieren an. Hey Younger, oh Younger, hey Young Young, zeige euch, was ein Schamanen so kann. Was er jetzt wieder kann. Ich bin ein Schamanen, überwinde ewige Schikane. Ich löse und verbinde, bin ein Herr über alle Winde. Sehe, was da unterliegt, nichts hat mich hier klein gekriegt. Ich bin ein Schamanen, überwinde ewige Schikane. Ich bin ein Schamanen, überwinde ewige Schikane. Ich löse und verbinde, bin ein Herr über alle Winde. Sehe, was da unterliegt, nichts hat mich hier klein gekriegt. Ich entspanne, ohne dass ich krolle, denn wir haben hier nichts unter Kontrolle. Hey Younger, oh Younger, hey Young Young, ich fange zu germanisieren an. Hey Younger, oh Younger, hey Young Young, zeige euch, was ein Schamanen so kann. Was er jetzt wieder kann. Ich bin ein Schamanen, überwinde brillert. самое starke her. Das wäre super, Era. Vielen Dank.